Hallo, mein Name ist Einur Göksal und ich bin Kosmetikerin bei Schuback. Wir haben drei Trendbehandlungen für Juli und August von Bioterm. Die erste Behandlung ist Skin Glow für die jüngere Haut, für einen ebenmäßigen, frischen Ton. Dann haben wir die zweite Behandlung Anti-Aging, das ist für die reife Haut, für mehr Spannkraft. Die dritte Behandlung ist pure Energie, Feuchtigkeit und Frische für die Männerhaut. Bevor ich die Kundin in die Kosmetik-Lounge begleite, bedufte ich erst die Kabine mit O'Fusion. Zuerst entferne ich das Augen-Make-up und den Lippenstift der Kundin. Danach reinige ich mit Biososmus das Gesicht der Kundin. Anschließend kläre ich die Haut mit der Biosos-Lotion. Dann komme ich zu der Live-Plankton-Sheet-Maske. Das ist eine Fließmaske, die aufs Gesicht aufgetragen wird. Während die Maske einwirkt, massiere ich der Kundin die Arme und die Hände. Nachdem ich die Maske abgenommen habe, trage ich das Live-Plankton-Elixier auf. Das ist ein tiefenwirksames Serum, das die Haut besonders regeneriert. Dann trage ich das Eye-Opening-Serum aus der Bluttherapie-Serie auf. Danach kommt die Live-Plankton-Augen-Creme. Durch das zuvor aufgetragene Serum kann die Creme tiefer in die Haut eindringen, was ihre Wirkung intensiviert. Im nächsten Schritt trage ich die Red-Alge-Ablüft-Creme auf. Anschließend trage ich Red-Alge-Ablüft-Creme auf. Diese Serie hat eine besonders liftende Wirkung. Mit einer strahlenden, verjüngten Haut wünsche ich meiner Kundin einen schönen Tag. Das Besondere der Bio-Thermprodukte ist, dass Live-Plankton in jedem Produkt steckt. Live-Plankton enthält 35 Nährstoffe, die die Haut besonders regenerieren. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich immer Interesse an Kosmetik hatte. Ich liebe Beauty-Produkte und das macht mir Spaß. Das Beste an meiner Arbeit ist das Ergebnis der Haut nach der Behandlung und dass meine Kundin mit den tollen Gefühlen nach Hause geht.